auch wenn es nicht so aussieht hin und wieder komme ich schon mal mit so einem kopf zur arbeit und wer genau aufgepasst hat der erkennt es hier ja sie ist ja wieder ganz schön scheiße aus es sieht immer einfacher aus als es dann tatsächlich ist wie dann hast du geübt das ist klappt ich freue mich es war dann wirklich so die kanzlerin hat angerufen kanntest du sie vorher schon ich habe die mal interviewt in den 90ern aber das eigentlich ist das mit dem anrufe auch durch mich rufen ja auch was meinst du wenn mich alles anruft ja da ist das nur eine nummer verstehst du wenn wenn jogi löw probleme mit der mannschaftsaufstellung hat oder so den ruft er an ja deshalb läuft ja elektrikert ich habe das elektrikert elektrikert hier müssen aufpassen elektrikert ich habe das elektrikert elektrikert hier unterschreiben bitte was die frage die am häufigsten gestellt bekommen ist der rab wirklich so ein arsch und dann sage ich immer ja Wie so ein Pfeifen. Hörst du das? Und ein bisschen... Ja, das war meine Schuld. Meine Schuld. Genau in die Eier rein. Lieber Gott, wenn es dich gibt, warum lässt du so eine Scheiße zu? Das stimmt doch vorne und hinten nicht. Der Sound ist von Enigma geklaut. Und der Text ist von PUR. Eine tödliche Kombination. Wenn man jetzt von Mexiko nach Deutschland fliegen will, muss man ja beim Flughafen durch die Kontrolle. So, was passiert dann? Ja, du musst die erst mal reinkriegen. Aber das ist schwer. Ah! Boah! So ein Schmackes. So, jetzt ist auch... Ja, guck mal hier. So. Davon habe ich die... Hallo! 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 Hallo, Köln! Die sind ein bisschen... Oh, ist das süß? Ist das süß? Hups, hops, hops. Bisschen nervös. Bisschen nervös sind die noch. Oh, das ist aber schon Otto hier. Oh! Boah! Guck mal, aber was für ein... Ist das ein Männchen? Ja. Ein Rammler also? Genau. Und Sie hier? Ist sie in Sie? Nee, ist auch ein Rammler. Auch ein Rammler. Zwei Rammler. Ja. Machen Rammler einen Unterschied oder ist denen das egal? Dem ist das ziemlich egal. Ach, denen ist das egal? Ja. Das heißt, ein Rammler sieht einen anderen Rammler und sagt... Oh! Doppelt gerammelt hätte ich besser. Scheiße auf der Friedhofsmauer. Ja. Scheucht die Wanze von der Lauer. Ja. Scheiße in nem Plastiksack. Ja. Riecht besser noch als frisches Hack. Ja. Ja. Da ist wahrscheinlich unglaubliche Power hinter. Das werden wir jetzt mal sehen. Achtung! Is it right or is it wrong? I can't go on. Can't go on. If you say yes or even now, you don't know how and where to go. Halt für die Zeit. Was sind deine Lieblingsfächer in der Schule? Deutsch, Mathe, Sport. Ich hab einige. Mathe? Ne. Ich mag das zwar, aber die Lehrerin nicht. Hoffentlich guckt die nicht zu heute Abend. Das ist ja rein theoretisch. Samstag darf ich ja mit Auto fahren. Ja. Läuft, 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 läuft. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. Ne. Es passiert doch nicht viel, wenn man ehrlich ist. Ah! Es passiert nicht viel. Aber nicht schlecht. Ja. Alfredour Gingot 아stä dasselmet Sie war. Ja. frighten Sie auch. Ja. 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 Es ist kaum von meinen richtigen Szenen unterscheidbar, oder? Ekelig, wenn ich an euch beide denke, muss ich weinen, oder wie heißt das, wenn der Mageninhalt aus dem Mund wieder rauskommt? Jetzt ist schon der zweite Besuch, sind wir immer noch beim Sie? Ich dachte, langsam hätte ich mir das Du erarbeitet. Sie haben Sie gesagt. Ja, du bist älter, du musst mir das anbieten dann. Echt? Wie alt bist du? Jünger. Ja. Ja, Wahnsinn! Und jetzt drauf mit den Zwiebeln oder was? Ja schön verteilt, ja nicht so wie ein Bauer, sondern schön verteilt. Ich hab doch noch gar nicht angefangen. Ich hab doch noch gar nicht angefangen. Ich hab' aber schon, wie du es in der Hand hältst. Ich habParietal mit den Zwiebeln oder was? Ich hab'しか憑ler und was. Ich hab' receber Sorgen und traverse ein Bauer Knodrick. 多f du es in der Hand hältstest! Das war's für heute.